Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScoreUpInPlace, Leute. Ihr seht gleich meine allererste Runde mit der neuen KN57, die ja vom Hersteller und von der Form einfach ganz klar eine AN94 ist, Leute, die wir aus Black Ops 2 kennen. Wer meine gesamte Story mit der AN94 nicht kennt, kurz zusammengefasst, ohne diese Waffe, hätte es diese Waffe in Black Ops 2 nicht gegeben, hätte ich diesen Hype damit auf YouTube wahrscheinlich niemals bekommen und würde jetzt hier nicht sitzen. Letztes Jahr kam sie dann auch in Black Ops 3 raus, auch unter anderem Namen, aber jeder hat sie AN genannt und jetzt ist hier auch in Black Ops 4 am Start, Leute. Und meine erste Runde habe ich hier mit Sweezy gespielt mit der Waffe, richtig, richtig nice geworden. Ich habe heute im Übrigen 10 Stunden gestreamt, ich bin natürlich schon Maximallevel. Wenn ihr dieses Video hier gerade seht, bin ich im Übrigen auch jetzt gerade online, der Stream ist jetzt online, kommt vorbei, genießt den Tag heute mit mir, so ein bisschen suchten, muss auch mal sein, Freunde. Ja, Leute, auf jeden Fall passt mal auf, was sehr, sehr lustig ist. Ich habe in diesem Video erst so Level 14 oder 15 erreicht und auf jeden Fall sage ich da sowas wie ARs haben keinen Schaft in diesem Spiel und das stimmt nicht. Es gibt nur verschiedene ARs, die keinen haben, manche haben aber eine, ich habe noch nicht ganz so viel Ahnung von dem Spiel, Leute, deswegen nicht erschrecken, ich bin auch komplett versweatet. Ich habe 10 Stunden heute gestreamt, also gestern, wenn ihr das Video seht, Leute. Also nicht wundern, wenn wir mal ein bisschen Scheiße labern, wir wussten noch nicht alles sozusagen, jetzt wissen wir, denke ich mal, alles, wir haben so gesuchtet, das ist nicht mehr normal, Leute. Ich hatte so viel Spaß heute, jetzt viel Spaß mit dieser geilen Waffe, eine geile Runde, let's go. Ich bin Sweezy. Ah, habe ich mir verpasst gedacht, ich habe euch nicht getraut, das zu sagen, Digga. Ja, selbstverständlich. Er ist einfach ein Panzer. Ich habe mir trotzdem geholfen. Wie du schon geflankt hast, du, absolut. Er ist tot. Bondi hier, sehe ich absolut niemanden. Ist einfach so geil, eine Runde zu zocken, ne? Eine Runde COD, Mann. Ich habe 98 Leben, aber kann das, ah, jetzt kann ich die Spitze einsetzen. Ich drücke die ganze Zeit, L2. Hast du die Knöpfe auch um, also, bist du bei dir auch R1 schießen? Ja, 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 klar. Digga, wenn man stirbt, muss man immer Vierheck drücken, das fuckt mich echt krass ab. Digga, der Typ macht so ernst, jetzt habe ich dich, mein Freund. Eliminiert. Eliminiert. Sollen die bitte patchen, Mann. Ich habe keinen Bock drauf. Okay, Leute, wir spielen jetzt mal die neue Waffe. Komm, die KM. Digga, das ist einfach eine scheiß AN. Das ist so nice. Ich muss halt ein bisschen defensiver Damage spielen, aber es gibt ja keinen Schaft auf ARs, ne? Nicht? Mhm. Aber auf MPs, alles klar. Ja, richtig nice, ne? Ja. Ich würde niemals ARs spielen. Weil das Nachladen ist schon AN-like, weil wir mir entgegengekommen sind, das Typ. Ich sterbe einfach. Was war das jetzt? Ah, okay, eine Esmin oder so. Okay, das hätte ich jetzt nicht überleben können. Mann, die KN sieht echt geil. Ist einfach voll die schöne Waffe, Alter. Die Farben und so, Mann. Ich werde die jetzt leveln, Leute. Ich habe Bock auf die. Boah, die hört sich auch geil an. Dieser Wald. Outplayed, Digga. Und die müssen rein, ne? Ich sehe keinen Gegner. Sind die unten? Alter, wie ich die rapee mit der Waffe. Digga, 12-2 schon wieder. Biest. Biest! Uhuhu. Ich camp die ganze Zeit in einem Spot und es funktioniert. Ich liebe das. Ich werde mich nie wieder mal hinlegen. Ich baue das ab, Digga. Digga, ich baue den Knopf, ja. Mann. Erledigt. Digga, was habe ich für eine Streak? Nein, tot, Mann. Ich habe so geraped. So double oder so. 18-3 einfach. Ich brenne auf einmal. Alles klar. Danke, Niklas. Danke dafür, Alblali. Kappa. So, Kappa habe ich mir jetzt auch so angewöhnt. Also auch wirklich? Ach ja, Mann. Geht nicht mehr anders. Ist in meinem System einfach integriert worden. Nee, bei mir nicht. Hast du den? Naja. To easy for squeezy. Muss gar nicht fragen. Die Boys spawnen am Strand. Wo sollst du für dich hingehen, mein Freund? Level 1, erster Schritt, tot. Oh Gott, nein. Oh, Abstauber, Marcel. Das war der Abstauber. Nein, nein, nein. Wo campst du die ganze Zeit? Auf welche Seite? Ich camp gar nicht, Digga. Ich rake, oder? Ja, ja, ja. Machen wir jetzt mal hier für alle den Vision-Puls. Sehr, sehr korrekt. Da wäre, Digga, ich wäre fast gestorben. Also, das sieht so nice aus, Alter. In welchem Spiel gab es das auch? Go? Nee. Black Ops 3. AW. Achso, ja. Aber AW gab es das, glaube ich, auch als Streak oder so. AW, keine Ahnung, Digga. Also, die Runde hier werdet ihr auf jeden Fall morgen auf YouTube sehen, Leute. Weil die eine Szene so nice war. Also, lass schon mal ein Like da, Freunde. Feind, dann. Während ich jetzt den auch noch mal hole. Den auch noch. Digga, die erste Runde mit der neuen AN-94. Der Titel ist schon in meinem Köpfchen, Freunde. Wow, Digga, Alter, das ist so geil, Mann. Das AW-Dröhnchen. Ja klar, die AW-Dröhne war natürlich auch so. Ja, ja, genau. Also, das war irgendwie wasted. 62,50. Wir dürfen auch nicht verlieren, Digga. Das ist mir sonst peinlich. No, shit. Digga, eigentlich kann man mit dieser Waffe gar nichts machen, weil die so langsam ist. Aber die macht so Spaß, wenn du damit auf den Gegner schießt. Wie die gemeldet werden dadurch. Also, mir gefällt die Waffe richtig gut. Und das, obwohl ich dachte, man kann nur SMGs spielen bis jetzt. Ich will ja nicht sagen... Wo haben wir denn jetzt hier? Ich will stecken mehr. Let's go. Ich check nicht, wo die Gegner gerade sind. Ja, auch nicht. Ah, doch, hier. Ja, kommt halt zu Zehntier rein. Was waren die jetzt hinter mir? Ja, nee, Team-Mates waren da, okay. Das heißt, die sind wieder vor mir jetzt. So, ist der Typ. Okay, die sind jetzt doch da. Nein! Oh! 27,7. 30-Bomb können ich... Nee, Schavi nicht mehr. Schade. Ist immer so, wenn man dann sagt, jetzt wird es auf YouTube hochgeladen, dann fängt man an zu choken, Digga. Ich weiß. Oh ja, Digga, komm her. Hm. Guck mal, was die beste Szene war. Viererquote. 28,7, Leute. Lass auf jeden Fall ein Like, da würde ich mich freuen. Checkt Sweeties Kanal ab. So, gucken wir uns mal an. Das muss meine Szene sein, jawohl, Digga. Digga, ich wäre nicht... Ach, die Szene hätte ich gar nicht gedacht, Digga. Ich noch zwei holen können sogar in der Szene, Alter. Mann, das ist einfach COD. Das ist einfach COD, Alter. Ich bin ja... Ich bin ja auch, da war nicht... Es ist einfach... Ich bin ja... Ich bin ja... Vielen Dank.